Hallo und herzlich willkommen zu meinem 10 Let's Play X-Wing Star Wars, X-Wing Allianz mit Dark Star Wars. Wir haben erfolgreich die Qualifikationstests absolviert, bei der Rebellen Allianz nachdem wir eingestellt sind. Nutzen Sie die Tech-Bibliothek während Ihrer Freizeit. Und sind jetzt vollwertiges Mitglied der Rebellen Allianz starten in unseren ersten Einsatz. Begrüßen wir jetzt gemeinsam unseren neuen Piloten, Kadett Azumi. Dankeschön, danke, vielen, vielen Dank. Die Allianz musste eine fürchterliche Niederlage auf Hoth hinnehmen. Glücklicherweise war unsere Gruppe nicht in der Nähe der Eko-Basis stationiert, sonst hätten wir alles verloren. Die Frauen und Männer haben auf der Eko-Basis ihr Leben gelassen, um uns etwas Zeit zu verschaffen. Ihr Mut hat es ermöglicht, dass ein beachtlicher Teil unseres Personals mit unserer Ausrüstung von Hoth fliehen konnte. Wir werden diese Überlebenden in Sicherheit bringen. Unser Hauptziel ist es, uns mit Admiral Ackbar und der Hauptflotte zu treffen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, unerkannt zu fliehen. Wenn das Imperium die Größe unserer Flotte kennen würde, könnte sie nichts aufhalten, uns zu zerstören. Machen Sie keinen Fehler, sonst gewinnt das Imperium den Krieg. Unsere Strategie wird dann sein, die imperiale Flotte an verschiedenen Orten gleichzeitig in Gefechte zu verwickeln und so zu schwächen. Zur Zeit durchsuchen Sie jedes System in der Nähe von Hoth. In diesem Sektor steht Ihnen nur eine limitierte Anzahl von Schiffen zur Verfügung. Das bedeutet, dass Sie Ihre Lieferwege nicht ausreichend bewachen können. Wir können nur annehmen, dass Sie die Eko-Basis, nachdem Sie sie einmal entdeckt hatten, vollständig zerstört haben, ohne sich die Zeit zu nehmen, dort nachträglich eine gute Infrastruktur aufzubauen. Wir beginnen mit einem Angriff auf einen Konvoi, der die imperiale Einsatzgruppe im Orbit um Hoth versorgen soll. Wir hoffen, dass Sie daraufhin Ihre Konvois besser beschützen und somit gezwungen sind, Einheiten für die Suchoperationen abzuziehen. X-Wing Rot und Y-Wing Grün werden von den Kalamari-Kräuter Defiance starten und versuchen, den imperialen Versorgungskonvoi abzufangen. Gruppe Rot wird Gruppe Grün decken, während diese versucht, den Konvoi zu zerstören. Tja, schauen wir mal. Ein leichteres Großkampfschiff wird vermutlich den Konvoi eskortieren. Oh, ein Angriffskreuzer. und Teilfeil. Tja, dann würde ich sagen, wir probieren es mal und machen uns bereit für unseren ersten Einsatz. Ja, unser X-Ping ist bereit. Start, klar, aufgetankt, bewaffnet. Warheels, Torpedos, 6 Stück. Ja, starten. Formieren Sie sich und fliegen Sie zum Sprungpunkt. Sie sind das erste Mal draußen, Route 3. Halten Sie Ihre Augen offen. Denken Sie daran, es ist fast wie beim Training. Und Sprung. Ah, da sind sie ja. Y-Wing Grün, greift das Trachtschiff an. Ah, zwei Teif, Alter. Hier kommen die Jäger. Der Angriffskreuzer setzt seinen Jäger aus. Ok, Route 3, folgen Sie uns und halten Sie die Augen offen. Statusbericht Primärzieher. Ihre Schilder sind zusammengebrochen. Erzählen euren Differrager davon. Statusbericht Primärzieher. Sie wurden zerstört. Held 3, ich kenne Reichweite. Oh, fuck. Nummer 3 verloren. Hoppla, ich hab nicht aufgepasst. Ja, Mann. Ja, jetzt läuft es ein bisschen anders ab. Formieren Sie sich und fliegen Sie zum Sprungpunkt. Das erste Mal draußen, Rot 3. Halten Sie Ihre Augen offen. Denken Sie daran, es ist fast wie beim Training. Ja, bis auf, dass ich tot bin, wenn ich nicht abgeschossen werde. Ha? Oh, Kommandoeinheit. Ähm, Mann. Oh, nee, Angriffstransportner. Stimmt's mal. Oh, Mann, Mann, Mann. Oh, Mann. Epp. Oh, Mann. Ah, stimmt. So ein Angreifskäufer zum Kreuzern zählt. Ein Stamm. Zwei haben wir nicht an. Zwei. Statusbericht Primärziem. Ihre Schilder sind zusammengebrochen. Statusbericht Primärziem. Sie wurden zerstört. Oh, oh. Ein böser Bube weniger. Ihr spricht ein. Ihre Turboläser schießen auf mich. Statusbericht Primärziem. Ihre Schilder sind zusammengebrochen. Ihren Prächtigen zu Ihnen das Beste. Statusbericht Primärziem. Sie wurden zerstört. Ganz toll, jetzt hängt ein Jäger hinter mehrfachen. Ah, hier schon. Aber nicht, wenn sie unsere eigenen Jäger abschießen. Ah, hier hängt einer im Nacken. Statusbericht Primärziem. Ihre Schilder sind zusammengebrochen. So, das war's wohl mit den drei Feitern. E3, welcher Angriffabstehung der schweren Beschuss? E3, Sie fliegen gefährlich. Statusbericht Primärziem. Ihre Schilder sind zusammengebrochen. Statusbericht Primärziem. Ihre Schilder sind zusammengebrochen. So. Statusbericht Primärziem. Ihr Rumpf ist schwer beschädigt. So. Statusbericht Primärziem. Sie wurden zerstört. Ach, ist das wohl mit den Waffen? Ich hab ein Torpedos, ich will die, aber... Statusbericht Primärziem. Ihre Schilder sind zusammengebrochen. Weiter so, wir haben es fast geschafft. Der Angriffskreuzer versucht zu ziehen. Statusbericht Primärziem. Der Angriffskreuzer ist ein bisschen das Ding. Ach. Statusbericht Primärziem. Ihre Schilder sind zusammengebrochen. Die Schilder sind zusammengebrochen. Statusbericht Primärziem. Sie wurden zerstört. Statusbericht Primärziem. Ihre Schilder sind zusammengebrochen. Bist du sicher, dass du mit der Angriffskreuzer fertig bist? Ja, da bin ich mir sicher. Sonst kriegen wir das auch. Snowtrupper. Ah, der hat Schneetruppen. Gott. Statusbericht Primärziem. Sie sind fast am Ende. Statusbericht Primärziem. Sie wurden zerstört. Ein Brustell des Grundbein. Und es zerstörer. Ich kann den Sieg schon riechen. Überrechte Kreuzers. Ihr Rumpf ist schwer beschädigt. Statusbericht Primärziem. Sie wurden zerstört. Die Zerstörung eines Angriffskreuzers ist keine leichte Übung. Sehr schön. Jetzt haben wir sogar Bonuspunkte, weil man die Skies vernichtet hat. Und der wird angegriffen. Statusbericht Primärziem. Ihre Schilder sind zusammengebrochen. Schiff. Da müssen wir natürlich auch aufpassen. Sie wurden zerstört. Dass hier keiner herkommt. Statusbericht Primärziem. Ihre Schilder sind zusammengebrochen. Statusbericht Primärziem. Ihr Rumpf ist beschädigt. Statusbericht Primärziem. Sie wurden zerstört. So. Das war's. Sie waren schnell zur Stelle und haben sie abgeschossen. Großartige Missionen. Juhuuu. Das wird Sie ein wenig nachdenklich machen. Nicht schlecht für deine erste Mission, Kumpel. Gute Arbeit. Auf nach Hause. Danke. Danke. Aber es bin ja auch ich. Na ja. Können wir mal ein? Tja. Wir haben jetzt den Konvoi ein bisschen auseinander. Oh. Ein Mond im Hintergrund. Nicht schlecht. Eine typische Allianzflotte. Ein leichter Kreuzer. So einer wäre es gewesen, wo eigentlich das Kran beteiligt hätte. Shuttle. Rebellen. Frank Sieh. Home. So. Aber nachgehen. Legen muss ich jetzt nicht die Einstellung auf den Joystick. Jetzt habe ich es mir so angucken. Manche Modelle. Chierung für die Hand. So. in ganz einer. es wird einige zeit dauern den erfolg ihrer mission abzuschätzen fest steht nur dass es dem imperium nicht leicht fallen wird diese niederlage zu verkraften ihr erster einsatz als jägerpilot für die allianz war sehr lobenswert wir werden sehen wie sie sich in der folgezeit weiterentwickeln vier abschüsse insgesamt zwei tiefe der angriffskreuzer geht auf mein konto sehr schön und transporter und ich würde sagen wir machen hier einen kurzen cut und sehen uns beim nächsten mal